Im Machine Learning gibt es neben den zwei Paradigmen Supervised Learning und Unsupervised Learning noch ein drittes, das Reinforcement Learning. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil Reinforcement Learning ist für mich tatsächlich das Spannendste und mein Favorit. Es wird sogar immer mal wieder gesagt, Reinforcement Learning wird sogar wieder und wieder genannt als vielversprechende Methode, die Artificial General Intelligence, kurz AGI, zu erreichen. Also eine noch hypothetische Intelligenz, die allgemein jede Aufgabe verstehen, lernen und auch lösen kann, so wie wir Menschen das im Prinzip können. Und da ist tatsächlich Reinforcement Learning, der Name fällt da immer wieder. Auch Reinforcement Learning hast du bestimmt schon mal in den Medien gesehen, auch wenn der Name Reinforcement Learning jetzt nicht gefallen ist. Aber folgende Beispiele sind dir bestimmt schon bekannt gewesen. Vor ein paar Jahren hat eine KI Dota-Spieler besiegt und Dota 2 gilt eines der als komplexesten Computerspiele und das hat tatsächlich eine KI mit Reinforcement Learning geschafft. Oder anderes Beispiel, der Go-Weltmeister im Brettspiel Go wurde von der KI AlphaGo besiegt und auch die hat auf Reinforcement Learning basiert. Oder ganz allgemein, in Produktionshallen sehen wir immer wieder Roboterarme, die eigenständig tatsächlich Sachen bewegen, manövrieren und oftmals ist das ein ganz klassisches Beispiel für Reinforcement Learning. Anderes Beispiel, ich habe sogar letztens ein YouTube-Video gesehen, das basierte auf Deep Reinforcement Learning und da war diese KI in der Lage, die Videospielfigur Mario ganz sicher und elegant durch ein Level zu manövrieren und auch das Lernverfahren basierte auf Reinforcement Learning. Du siehst, gerade da ist es überall. Was passiert aber jetzt beim Reinforcement Learning? Ganz allgemein, was hatten wir denn jetzt bisher? Zusammenfassend, wir hatten Supervised Learning, wir hatten Unsupervised Learning und wir hatten Semi-Supervised Learning. Ganz im Kontrast, dazu steht jetzt das Reinforcement Learning, weil dafür brauchen wir keine Trainingsdaten und das muss man kurz sacken lassen. Also beim anderen haben wir mal Trainingsdaten gehabt, haben das Modell damit gefüttert und dadurch halt die Muster in den Daten erkennen lassen. Stattdessen ist es beim Reinforcement Learning so, die KI durchläuft immer und immer und immer wieder mit einer bestimmten Aufgabe eine simulierte Umgebung und lernt dann sozusagen durch Try und Error. Das heißt, in dieser Umgebung macht er Sachen und er lernt immer wieder durch seine Handlungen. Was war eine gute Handlung, was war eine schlechte Handlung. Wie lernt die KI hier? Die Idee ist jetzt folgende, die unser Agent, wir nennen unsere KI hier Agent, das muss ich dazu sagen, beim Reinforcement Learning nennt man die KI Agent, weil sie sozusagen in dieser Umgebung agiert und dadurch ein Agent ist. Aber im Prinzip meinen wir das gleiche, ist immer noch eine KI und sie hat jetzt ein bestimmtes Ziel. Und ich glaube, das nächste machen wir mal mit einem Beispiel, weil ich glaube, sonst wird es zu abstrakt, aber mit einem Beispiel ist es sehr, sehr schön anschaulich. Und wir machen es am Beispiel Snake, das Videospiel Snake. Da ist ja das Ziel bzw. die Aufgabe, eine Schlange durch eine Umgebung zu führen, ganz viel Futter zu fressen und die Schlange möglichst lang werden zu lassen. Das Ganze kann man auch auf Reinforcement Learning ansetzen. Und es ist jetzt folgendermaßen funktioniert das. Der Agent, die Schlange, ist in seiner simulierten Umgebung. Hier ist es so, die Umgebung ist nichts anderes wie einfach der Bereich, in dem die Schlange sich bewegen kann, aber auch die Früchte, die erscheinen. Alles, was außerhalb des Agenten liegt, ist die Umgebung. So, und jetzt kann die, der Agent kann eine Aktion ausführen und die kann entweder schlecht oder gut sein. Die bringt den Agent näher zum Ziel oder weiter weg. Das wird die Umgebung ihm schon sagen. Das heißt, in unserem Fall ist es so, wenn wir Früchte essen, ist es sehr gut, dann kriegen wir Pluspunkte. Wenn wir gegen irgendwas kollidieren, also gegen die Wand oder gegen uns selber und sterben, ist es schlecht, das wollen wir nicht. Außerdem ist es immer zu bevorzugen, möglichst lang zu spielen. Dieses Feedback, was die Umgebung dem Agenten in jeder Iteration gibt, nimmt der Agent sich jetzt zu Herzen und lernt jetzt für den nächsten Schritt. Das heißt, er wird Schritt für Schritt besser. So wird die Entscheidung immer leichter, welche Aktion getroffen werden muss. Weil am Anfang ist es völlig zufällig, aber es wird immer zielgerichteter. Dann bekommt der Agent wieder Feedback, denkt kurz darüber nach, entscheidet sich für eine Aktion und macht dann weiter, bis das Ziel erreicht wird. Und er wird immer besser dabei. Klar, am Anfang wird der Agent immer wieder verlieren und immer wieder verlieren, da die Handlungen natürlich auch eher zufällig sind. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil je mehr der Agent spielt, je mehr Zeit er in der Umgebung verbringt, desto mehr er sozusagen auf die Nuss kriegt, desto besser lernt er auch. Und desto schneller wird er irgendwann sein Ziel erreichen. Man kann also ganz allgemein sagen, Reinforcement Learning ist Learning by Doing sozusagen. Und das Spannendste, und das kann man sich auf jeden Fall mal merken, wir als Menschen, wenn wir so eine KI trainieren, wir geben nur das Was vor. Die KI erlernt eigenständig das Wie. Das heißt, wir diktieren der KI keine Lösung auf, sondern die KI findet eigenständig die Lösung. Und das ist das Spannende dabei. Wir sagen nur, zum Beispiel bei Snake, isst möglichst viel Futter, kollidieren möglichst wenig und spielen möglichst lange. Das ist alles. Und dann lassen wir los. Und die KI macht es irgendwie schon selber und findet schon irgendwie einen Weg. Also, unterm Strich, was brauchen wir für Reinforcement Learning? Wir brauchen einen Agenten. Ein Modell haben wir das in den anderen Videos genannt. Und das ist auch hier genauso. Ein bestimmter Lernalgorithmus, das heißt ein Entscheider. Wir nennen es in dem Kontext auch die Policy. Die dann entscheidet, welche Aktion als nächstes gemacht werden muss. Wir brauchen eine simulierte Umgebung. In unserem Fall war das einfach der Bereich, in dem sich die Schlange bewegt. Inklusive des Futters, was immer wieder kam, weil das gehört auch zur Umgebung. Wir brauchen iterative Epochen. In unserem Fall ist es einfach eine Runde, bis die Schlange stirbt. Danach wird das Modell nachtrainiert. Und ein Ziel, möglichst lange zu spielen. Wir brauchen einen Aktionsraum. Der muss auch endlich sein. In unserem Fall ist es denkbar einfach hoch, runter, links, rechts. Mehr kann die Schlange nicht. Das sind die Optionen, die wir haben, um die Aktionen auszuführen. Der Agent braucht in der Umgebung die Möglichkeit zur Beobachtung. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber es ist wichtig, dass der Agent sozusagen den aktuellen State der Umgebung erfassen kann. Weil nur dadurch kann er eine Entscheidung treffen. Der Agent kann nur sich für eine Aktion entscheiden, wenn er weiß, was gerade in der Umgebung abgeht. Und das Letzte, was wir brauchen, ist eine Rewards-Funktion. Eine Belohnungsfunktion. Das ist der essentielle Bestandteil eines Reinforcement Learning Ansatzes. Das ist die Funktion, die uns sagt, was gut oder was schlecht war. Das Was, was ich eben angesprochen habe. Zum Beispiel, in unserem Beispiel, haben wir so, dass wir sagen, sagen wir mal, wenn die Schlange Futter frisst, kriegt sie ganz viel Pluspunkte. Wenn sie gegen irgendwas kollidiert, müssen wir das negativ bewerten. Und wenn sie auch möglichst lange spielt, müssen wir das auch irgendwie positiv einfließen lassen. Das heißt, durch diese Belohnungsfunktion steuern wir den Agenten in eine bestimmte Richtung. Wir optimieren ihn in eine bestimmte Richtung. Das Schöne ist, der Weg dahin, für den entscheidet sich der Agent völlig autonom.